hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play von last epoch. wir sind jetzt im siebten akt fertig und kommen jetzt zum achten akt. der kam am vierten september raus und war ziemlich gut scheinbar. wir werden es sehen. ich habe ein bisschen weiter gemacht weil ich dann plötzlich performance probleme hatte bei diesem akt. es lag irgendwie an OBS, das hatte ich schon mal am anfang des let's plays und ich habe es damals gefixt mit kurz aus dem spiel rausgehen also wirklich ganz und danach wieder rein und scheinbar ich habe gleich noch die grafiken nicht ganz komplett gemacht. ja irgendwie ist es jetzt wieder gekommen. hat irgendwas mit OBS zu tun also irgendwie etwas funktioniert da zwischen dem ja zwischen der unity engine und dem OBS studio. nicht richtig. gut, wir sind einfach hier angekommen, haben kurz gequasselt. ist ja sowieso englisch. und die Quassel hat einfach irgendwelchen unnötigen Mist. könnt ihr gerne selber spielen und dann sehen. jetzt hat er auf der vier und auf der drei. das habe ich extra geändert. gut. ja ja die sammens werden ja auch überarbeitet. ich hoffe man kann es dann frei überlegen. das ist einfach die faulheit der entwickler. kann man auch den grafik lag problem. könnte ja eh das entwicklerstudio relativ schnell fixen aber sie machen es halt nicht. fragt sich wieso. weiss sie sich einfach nicht irgendwie beherrschen können irgendwas umzusetzen das ihnen nicht gerade so entspricht. dass es ein bisschen schwer ist umzusetzen oder so. schwer ist es eigentlich nicht. aber es sieht gut aus. mir gefällt hier die gegner die einfach mögen. die sind halt ein bisschen schnell. ok. aber es sieht gut aus. mir gefällt hier die gegend. wir haben so ein bisschen schaden. wir haben ja etwas eingesammelt. jetzt müssen wir scheinbar zurück wieder. ja zu groß los. die gefälzung müssen wir zurück. aber wir gehen jetzt einfach mal weiter. ok. ja das sind sehr schnelle insekten. ich weiss dass der akt recht schwer, also ein bisschen schwieriger wird. ja ähm. hm. wir werden es sehen. ok. da wir eben auch mehr mana haben, soll ich einfach mal noch ein bisschen mehr spammen. jetzt schauen wir nochmals kurz hier runter. das ist wirklich dort wo. naja. das ist wirklich dort wo wir willkommen haben. ok ja. wie besser wenn ich dann wirklich spame. damage over time block chance. das könnte ich gebrauchen. ok. gehen wir einfach nach Norden. so. ja und dann fängt ja das mapping an. das ist ja richtig cool in diesem spiel. das wurde mega gut umgesetzt. also viel besser als ein passive fixer zum beispiel. dort gefällt mir immer noch nicht. dort gefällt mir immer noch nicht. der atlas so gut. ah das ist toll dass so ein piech und so. die bekommen diese piecher. äh ja. so. ok. dann müssen wir einfach zurück gehen. ins portal. ja. äh. ich freue mich riesig. also ich bin jetzt gerade auch ein bisschen sprachlos. weil. schaut euch das mal an. ich wusste dass das eine wüste ist. ah. ok. pervents. aha. ok. dann wir müssen hier noch ein paar punkte reinsetzen. hier noch ein paar punkte reinsetzen. penetration ist natürlich wichtiger. ähm. damit wir auch gegen ja nicht so resistente gegner mehr schaden machen. ah. jetzt müssen wir hier nach rechts. ok. ok. wir müssen hier raus. hm. das gebiet schon. ah. die dry river. nice. weißt du. das ist das gleiche gebiet wie nach 6. ne. sieht man nicht so aus. ah cool. und hier sind noch die. äh. näste. nice. das. ah. da freue ich mich so. ja. und man merkt einfach die Entwickler wollen jetzt auch manche builds auskontern mit diesen schnellen gegnern. ja. ja. scheiße. nicht so. ah. und jetzt haben wir Blut gefunden. ja. vom vermissten Händler scheinbar. ok. werden wir finden. so wie er Blut verloren hat, ist er wahrscheinlich tot. da ist er ja. ja. wer ist im schlamm. ah. ok. fredzi. 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 hm. ein keffer. hm. ok. so. bis jetzt macht es einen guten auftritt. geil. ui. ich liebe doch so etwas. also. jetzt gar nicht so einer der. so. uuuhhhhhh Insekten. äh kapok. und so. so Insekten sind eigentlich coole Gegner. also. ich bin damals. ja so. weiß nicht. zehn gewesen. als Pokémon raus kam. und ich war ein riesen Fan. die ersten Pokémon und so waren immer so ein mega Highlight. ähm. kran Gold. und. ich habe dann Scaraborn entdeckt. und dann war ich ein richtiger Käfer Fan plötzlich. ähm. im ersten Game habe ich Sichlo so geliebt. aber ich hatte die blaue Version. das Sichlo hatte ich bekommen von einer. von einem Kollegen mit der roten Edition. ähm. der hat dann. äh. im Video gesagt. ja. der Pinsel ist besser. da habe ich in der Version gehabt. der blauen Version. und. ähm. dann haben wir uns bestritten. seitdem habe ich irgendwie. wissen. einfach als Bein der Insekten gerne. zum Beispiel in. äh. Diablo 2 hatte ich lange. einfach gerne dieses. blutfliegen. ähm. blutfalken. genau. blutfalken. blutfalken. ähm. ja. noch andere. Insekten. ich weiss jetzt gar nicht mehr. wie die heißen. ähm. ja. auf jeden Fall. nicht. die Käfer. die hatten ja immer wieder. spark. sparkler. wie die heißen. äh. gespawnt. nach jedem Schlag. ich war dann. werwolf. droide. später. und. ähm. ich hatte eigentlich nie Probleme gegen die. der Wölfe haben ja im Diablo 2 eine relativ. gute Defensive. ich glaube das Leben absaugen. zu bekommen. und. deshalb. habe ich immer. und ich. dagegen geheilt. also in jedem Schlag habe ich mehr Heilung bekommen. als. die Schaden gemacht haben. und. ja. ich habe ja vor. Diablo 2 Resurrected wieder zu kaufen. also. Diablo 2 nochmals zu kaufen. in der Resurrected. Version. und. vielleicht werde ich auch noch mal. Mods machen. äh. spielen. alle Mods nochmals. durchspielen. oder so. aber. jetzt noch nicht. weil. ich habe einfach. momentan. relativ. wenige. zuschauern. hören. dass du noch. da bist. überhaupt. und. ja. es hat mir. einfach nicht gerade. so wohl. im Winter. zuletzt. playen. weil es. schwieriges. wegen. von einem kranken. das ist nicht so toll. okay. ist schon tot. da war irgendwie so ein gift. wie ein sturm. der. 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 nicht. der. 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 da. der. he. der. die. der. Ja, also wenn wir wirklich viele spawnen ist der Damage natürlich sehr gut. 11% Chance, Damage over time. Maelstrom ist natürlich cool. Gibt es einen Bait der immer diese spawnt? Wahrscheinlich schon. Aber man sieht schon, es ist an Akt 6 angelehnt. Diese Sachen haben wir da in Akt 6 eigentlich immer wieder gefunden. So nicht direkt, das ist ein bisschen schräger glaube ich, aber in den Maps von Akt 6 dann kommen sie. Genau dann. Aber das sieht aus wie Akt 5 irgendwie hier. In Akt 5 hat er man ja über Rites aufgehalten. Das große Skorpion, das Elementar Skorpion getötet. So sieht es jetzt hier auch aus. Von der Form her ist es wirklich abzuwarten. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, eine Mischung. Ja, Akt 6 ist ja ein bisschen gleich. Also von der Architektur, also von hier oben her. Das ist relativ gleich. Okay. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich nicht hier oben links sehen. Und wir gehen trotzdem, wir haben ja noch schön viel Zeit bis zum 10. Dann hätten wir hier noch nach links. Also ich freue mich riesig auf das neue Update mit den Dungeons, mit den Legendaries, mit den verbesserten Ranken und so weiter. Mal schauen wie die Ranken dann werden. Ist ja bei uns hier im Boden. Die werden sicher cool sein. Also hier ist scheinbar nichts Neues. Aber ein paar Schatz zu tun, vielleicht. Hm. Ich sehe jetzt noch nichts. So, Giftmage. Die sind mega cool. Geil. Also so Giftmage gibt es zum Beispiel. Ja, in Pass of Exile oder so. Die haben da zwei eigentlich nie. Ja. Ich kenne sie jetzt gerade an. Silber Elemental oder so. Hier müssen wir auch rein. Okay. Das wird wahrscheinlich dann zum Verwildenden. Meine Reclamation und Creed. Nehme ich einfach weg. Also momentan kommen echt gute Eins. Sehr schön. Ja, und wenn ihr ungefähr so am 7. ist ja bald, in zwei Tagen noch keine Parts übrig sind. Mache ich dann einfach mehr Parts pro Tag. Damit es noch reicht. Ich denke wir haben jetzt gerade 15. Ausnehmen. Eine oder zwei Parts habe ich sicher noch gehabt. Damit einfach dann, wenn der Patch draussen ist, sofort der neueste Part kommt. Spell Critical Damage. Äh... Okay. Okay. Okay, da haben wir das richtig gefunden. So mit dem Neben. Quests. Möchte aber nochmals rein. Hier nämlich noch einen Weg nach unten. Hmm... Bin mal gespannt. Ja. Hier gibt es sicher noch mal so ein Quest-Item. Nicht? Abgekommen irgendwie? Ja. Ich denke, das stimmt aber so. Okay. Sie sind unterirdische Höhen. Schön gemacht. Also... Ich glaube, die Entwickler werden immer besser. Man sieht es. Also... Ist ja klar, dass sie besser werden. Aber... Sie sich mehr... Bemühen. Ja. Eindeutig besser. Ach, freut mich das etwas Neues zu finden. Ja, es ist schon klar. Aber... Last-Tab-Woche hat immer wieder neue Updates. Aber... So einen Akt... Wirklich qualitativ und so... Habe ich jetzt... Eigentlich... Äh... In einer längeren Zeit nicht mehr gehabt. Eigentlich ein halbes Jahr eigentlich. Wann kam denn das... Ach, der Akt raus? Äh... Siebte Akt raus. Ne. Akt 8, gell. Das 8.9. Weiß es gar nicht. Aber... Wann kam da... Taptief immer raus? Äh... War, glaube ich, auch Dezember 2020. Und das ist jetzt... Ja, im September 2021 rausgekommen. Also dann würde ich mal sagen... So... August... 2022 kommt dann das nächste Gebiet raus. Hoffentlich. Jo... Ich freue mich. Äh... Über alles. Über alles in Last Epoche. Was verbessert wird und so. Ähm... Die Performance mit OBS ist manchmal grausam. Tut irgendwie OBS oder... Last Epoche einfach Probleme machen mit dem... Äh... Ding. Deshalb gibt es so wenig Streamer und so wenig... Ähm... Ich denke mir immer so... Die Entwickler müssen doch etwas machen, dass die Performance besser ist... auf Elton Peters. Und was machen sie? Sie machen einfach mal die Grafik besser. Wie sieht lustig aus... Und das ist die Göttin? Könnte das sein? Nämlich eine Serpent. Und Serpent sind Schlangen. Okay. Serpent sind Giftschlangen, oder so? Ich bin mal gespannt, ob es die hier ist. Auf jeden Fall, oder? Okay. Wir machen natürlich schon gerne ein bisschen weiter. Nicht unnötig Zeit verschwenden. Wir haben alle die gleichen Skins. Und der von der... Von Akt 5. Hm... Nein, Akt 7. Äh... Ja. Und da ist es nicht. Ah, darum. Hier? Und hier unten. Okay. Ja, falls ihr das schon gehört habt, ähm, ich mache ein Sky-Mod. Und da wird vielleicht auch etwas kommen, das ein bisschen... Ja, nicht gerade so aussieht, aber ja, einfach in andere Regionen führen, die ich ein bisschen selber gestalte. Weil auch viel so mit, ähm, Hack'n'Slay und Zelda-Features, also Action-Adventures-Features vollgepackt ist. Und da brauche ich natürlich schon ein bisschen lange. Ausser natürlich wollte ich mir noch ein bisschen hält und die Arme greifen. Ähm... Mit Ideen oder einfach mit... Äh... Wissen. Und... Äh... Ja. Ich denke, es wird auch ziemlich gut sein. Es hat einfach einen Mod für Skyrim. Dann für die Special Edition übrigens. Momentan noch auf diesem Stand. Ja, und ähm... Eben, ich tue natürlich auch liebend gerne dann wirklich Motivierendes anbauen. Weil ich natürlich auch Arbeit jetzt nicht unbedingt so abneigend wirke, sondern eher motivierend finde, mehr arbeiten zu können. Und, ähm... Ja. Mit Sicher, Grossmutter und Menschen werden... Mal gucken, wie schnell es geht. Diese sind ja schon in Akt 8 gekommen. Und auch früher schon. 8... Ach, ich keine Ahnung, aber... Wenn mir das ja bekannt war. Frohe, dass sie sind auch in den Maps gekommen. Kann sein. Ich glaube, Akt 6 oder 8. 6 oder 7. Nein, 7 nicht. 6 oder 8. 8, 8, 8 getauft. Hm. Übertrieben viele, ähm... Dämonen, hm? Okay. Also ich muss mir das auch mit einem anderen Charakter noch alles durchlesen. Aber im Let's Play möchte ich natürlich diese Sachen nicht zeigen. Es ist jetzt wirklich alles blind. Ich sehe es jetzt gerade auch nicht, wieso wir Händler retten. Händler finde ich irgendwie nicht gerade so wichtig zu retten. Aber, ähm... Ja. Ja. Die Beat tut natürlich danach Geld verdient. Weil ich ja eher so ein bisschen Händler nicht mag in den Spielen. Vielleicht schon ein bisschen, aber... Äh, ja. Da sagt er ja auch mehr Sachen. Ich hätte jetzt eher an einen Story gedacht, das mit einfach mit dieser Vilya... Wie heißt sie? Rielka? Das ist einfach die Stadt. Einfach diese Südgöttin, der pennt, ähm... Äh... Wenn wir den Ranken spawnen, haben wir dann einfach nochmals, nötig einfach nochmals zu spawnen, das ist einfach die beste Taktik. Rausfinden nochmal, also ja, bitte rausfinden. Maelstrom, eigentlich ist es Level 4. Wieso bekommen wir hier eine Level 4 Rüstung? Ja, ich weiss es nicht. Okay, schön der Übergang. Jo, also, es wurde auch gesagt, sie finden es auch schön, wie die Wüste umgesetzt wurde und ja, es hat überall auch echt viel Vegetation. Also, es ist nichts langweig. Es ist einfach irgendwie... Oh ja, das ist ein guter Start. Ähm, es ist einfach irgendwie sehr motivierend gemacht. Es motiviert einfach, die Gegend zu erkunden. Das ist natürlich schon wichtig. Okay, wir dürfen nicht in die Mine, wieso? Okay, er hat einfach den Auftrag, niemand durchzulassen. Okay. Einen hierhin, noch einen hierhin im nächsten Level. Okay. Und jetzt müssen wir... ... was suchen. Irgendwas suchen, okay. Oh, das ist ein bisschen, oder was das war? Ach so ein Wasser, eine Blase. Wir gehen hier mal hin, und dann müssen wir ihn nach Süden. Äh, da kann ich reden mit dem. Hier oben. Hm. Okay, der ist ein bisschen versteckter. Mit dem Tuch. Ich habe jetzt einfach das obere genommen. Aber meistens ist das obere. Äh, ja. Ich kann halt einfach nicht gut übersetzen. Ich muss es irgendwie lesen und dann überlegen, und danach kann ich sie übersetzen. Und ähm, ja, ich bin halt einfach... Lechte wahrscheinlich, also eher im Englisch. Ähm, wie soll ich denn das machen? Ich möchte halt auch nicht ein bisschen Zeit verlieren, wenn jetzt langsam das Update rauskommt. Und dann sollten wir ja schon in den Maps sein. Einfach wegen dem Zeitgründen mach ich es jetzt einfach nicht. Wir machen noch weitere, ähm, Charaktere. Und dann können wir das immer noch dann dort, ähm, vorlesen. Ansonsten sind es euch interessiert. Kauft euch das Spiel. Es ist wirklich lohnenswert zu kaufen. Ich mache jetzt nicht unbedingt so viel, also einen guten PC oder so. Einfach nicht die Grafikeinstellungen auf Ultra setzen, wenn ihr nicht... Wenn es dort einfach flüssig läuft. Ja. Also ich hatte auf meinem alten PC auch ein bisschen Performance-Probleme. Habe mich einfach ein bisschen tiefer gesetzt. Das Spiel sieht immer noch schön aus. Das ist auch auf easy, also rechten Grafikeinstellungen. Und... Jo, es ist... Es ist... Einfach jetzt nicht gerade so ein optimierter, formes optimiertes Spiel. Dafür... Ja, ziemlich ein gutes Spiel. Also die... Engine ist der Schwachpunkt in diesem Spiel. Mich... Mich... Mich freut es einfach riesig, dass... Ähm... Ja, die das so viel verbessert haben jetzt in diesem Akt. Das ist wahrscheinlich jetzt der neunte Akt. Ich dachte der achte Akt, aber ich glaube das ist der neunte. Habt ihr das jetzt gerade lesen? Nein, ich lese das irgendwie... Also ich... Ich lese nicht ganz oben, das ist das Problem. Es steht irgendwie oben und dann kommt halt der grosse Name. Das liest man natürlich als erstes. Das ist so bei mir. Ich lese eben das größte zuerst. Einfach das obere. Aber wenn man uns jetzt nicht unbedingt zieht, dann... Sieht man es halt. Was ist sonst? Ja, Drakologik. Hm. Okay. Kommen irgendwelche Monster raus? Ich weiß aber nicht. Und... Backspeed. Die sind gerübt. Okay. Aber... Schön ausweilen. Hm. Recht schwer. Wie die Gegner einfach anpirschen, aber... Wann man sagen? Beides. Man muss einfach aufpassen und auf das Spiel... Ja. Der Spiel ist eigentlich recht tanky. Das ist das Gute. Ich schlieb so etwas... Beides ist die Tankiness und... Damage Output. Sehr gut ist. Hm. Okay. Was haben wir da gehabt? Das ist wahrscheinlich... Aspect of the Boa gewesen. Yo. Oh. Ich hab da eine Technische. Ich geh lang. Geh ich wegen Gürtchen. Und... Diese Gänschenlucks. Wir kommen hier runter. Und die Schaden... Ja. Wir machen hier ein bisschen Ausweichmöglichkeiten. Sehr gut. Was haben wir denn hier oben? Einen Schrein. Idoles. Und die Gute Werte? Hm. Okay. Nein. Schade. Okay. Nice. Aus. 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 auch noch ein bisschen einsperren kann und dann machen sie natürlich mehr Schaden, die ranken. Spielt sich schon sehr gut, also so wie ein Tower Defense Simulator. Mir macht das Spass, also ist nicht gerade so anspruchsvoll, aber eben der Schwierigkeitsgrad hat es angezogen, also es ist jetzt nicht mehr so leicht einfach irgendwie ein bisschen die Sachen anzuschauen. Man muss sich ein bisschen konzentrieren. Das ist gut so, das ist wirklich gut so. Das Blancen ist optimal für ein OP-Bild. Ob es jetzt für einen anderen Bild auch leicht ist, eher nicht. Aber es ist eher leicht als schwer, nur manche Gegner machen wirklich gut Damage. Also Minion Damage over time, so kann ich einfach nicht gebrauchen. Und es sind einfach immer viele Gegner da. Ok, was suche ich hier an diesem Platz? Äh, ja. Ok, wir sind keine Members. 100.000? Ok, das ist das obere, ich will nicht 100.000 ausgeben. Das ist viel zu viel. Wir haben jetzt nicht mal so 300.000, oder? Ok, wir müssen gegen ihn kämpfen. Das ist viel zu viel. Ja sicher. Ok, er hat irgendeinen Charge-Angriff richtig viel Schaden gemacht hat. Was ist, wenn wir jetzt nur Glass-Canon hätten? Wir würden sofort Instance-Stamp. Heftiges, heftiges. Hm. Ok, jetzt sind wir drin. Illegal. Wir haben einen Krieg angezettelt. Ok, jetzt langsam werden wir aber wahrscheinlich auch Tank hier mit den Nuts. Schauen wir mal Nuts. Wir haben ein paar. Wir haben auch Elementar-Beständen, wenn wir Totems platziert haben. Ok, wir haben auch noch einen Krieg steigt. Jo. Hier um den muss man nicht hin. Ok, das sind schnelle Gegner. Ja, die haben jetzt natürlich hier schon ihren Abgebiet. Oder sind sie mehr geblieben? Ja. Habt ihr das gehört? Es gab ein neues Titan-Quest-Add-On. Ein Legendary-Spiel. Und das wäre, ich meine, nächstes Projekt. Äh, das mache ich natürlich gerne. Und sobald wir fertig sind, machen wir dann einen Shadow-Champions-Mod wieder weiter. Also weiter fangen wir an halt. Und jo. Sicher cool. Aber ich habe den nicht so weit gebildet. Aus Bonans sind Probleme, da ich noch nicht so gecheckt habe. Ich habe das Spiel Hard 2006 gar nicht kaufen können, weil ich einen zu schlechten PC hatte damals. Und dann habe ich 2011 oder 2010, war 2010, den neuen PC bekommen und habe das natürlich dann gesuchtet. Aber taktisch und so habe ich nie lernen können, weil ich einfach keine Zeit hatte, um das Spiel richtig zu spielen. Und ja, immer weiter zu machen. Da habe ich nach ein paar Monaten halt dann wieder einen neuen Charakter aufgemacht. Und habe die Beats nie weiter gemacht. Und das möchte ich eigentlich ändern, weil... Ja, auch Titan-Quest ist ein super, äh, Ding-Hackenslay. Summoner-Raptor, das könnte ich gebrauchen. Jo, wir brauchen einfach mehr Crit dafür. Für die Minions. Okay, dann, ähm, da freue ich mich natürlich auch noch weitere Projekte. Und ihr hoffentlich auch. Ich denke, es werden nicht so viele, ähm, Let's Playen oder Livestreamen von diesem, äh, neuen DLC. Ich schaue dann mal auf Twitch. Morgen zum Beispiel. Am Tag mal. Und am Abend. Jetzt ist es halt zu spät. Jetzt werden wahrscheinlich keine Deutschen und Englischen. Ja, Englischen werden wahrscheinlich noch streamen. Mal schauen. Ich muss sie ja immer gerne überraschen. So. Okay, dann... Dann werden wir in ein neues Gebiet wahrscheinlich. Hm. Die Magier wieder. Es ist ein bisschen anspruchsvoll, also... Die Blüten sind echt gross, verwirrend. Ähm, die Gegner sind echt anspruchsvoll. Und... Und... Ja, dann die Assassinen, die... Äh, die... Die Gegner, ja. Die Entwickler, die haben irgendwie etwas... Für Assassinen oder so. Also recht viele... Die Chargen der Assassinen in jedem Akt. Dann passt die in jedem Akt. Also... Live-Generation, wobei Transformer ist. Hört sich gut an. BDM brauchen wir nicht per aktiven Totem. Minion Critical Multiplier. Können wir dann als Rare irgendwo mal gebrauchen. Kill Band Fans. Okay, ich gebe mir... Geben wir einfach... Ich weiß jetzt nicht, was sie angenommen haben, aber wir haben 5000 bekommen. Ja, leider ist das irgendwie ein bisschen ein Rätsel. Kann man auch nicht so gut Englisch machen. Kann schon, aber ich kann es nicht immer direkt übersetzen. Also... Ich kann alles übersetzen, frei, im Kopf. Aber nie so schnell, weil ich einfach nicht so... Viel Englisch... Ähm... Lese und rede. Ja, es ist einfach ein bisschen langsam. Ich habe halt einfach ganz viele andere Gedanken und so. Bescheinbar ist hier dann irgendwie die Lösung für diese Quest. Aha. Ah, für einen Tip... Okay, für einen Tip haben wir 5000 bezahlt. Ist doch nicht schlimm. Naja. Okay, der macht komische Sachen. Die Entwickler haben das gerne, wenn wirklich wieder Magier und wieder Assassinen herum flächen. Das tut auch dem Spiel Spaß auch etwas Gutes. Okay, ein guter Gegner. Jetzt. Ah. Okay, wir haben den Gegner wieder. Massiv. Wir haben ja nicht mehr in pistol... Hm, bewahr ich components. dem etwas handheld... Sehr vorsichtig verorden werden. Okay, wir wollen das einfach zurück. Ja, easy! Hm. Fragezeichen über Fragezeichen. Was haben wir jetzt hier geholt? Ich würde es vielleicht mal lesen. Ah, okay, wir haben einfach ein Kopfgeldauftrag gemacht. Aber ich habe gar nicht gesehen, wie er gestorben ist. Er wäre rumgefallen wahrscheinlich. Okay, das ist ein Offscreen. Hm. Das ist richtig. Ja. Ja. Wie ein Adler. Also zu einer Aase und dann zu einer Kristallhöhle. Sehr schwer ist eigentlich irgendwie. Sehr easy. Vielen Dank für das Level Up. Earthquake. Und jetzt machen wir zwei Punkte in Stormbringer. Das müssen wir irgendwie auch merken. Jetzt gibt es wieder einen längeren Aufnahmestopp. Also eine Pause. Äh. Ja. Andere Games, die ich aufnehmen muss. Und dann natürlich gerne die Maps weiter, wenn wir dann auf den Nackt sind. Aber schön, dass das Game nie anzeigt, Freunde. Auch ein bisschen. Jetzt habe ich mehrmals hier oben geschaut. Und ich habe es nicht mehr gefunden. Ich habe es einmal gesehen, dass es mal steht. Aber ja, ich habe es bis jetzt nicht mehr gefunden. Ich muss das wirklich mal im Video nochmals ganz genau anschauen. Das habe ich nämlich schon mal gemacht. Ich schaue meine Videos natürlich an. Und trotzdem, ja. Nie gefunden. Aber finde ich schön, wie die herumruckeln gehen. Jetzt hat er etwas ästhetisches. Tanzstunden. Vielleicht können die auch mal so tanzen. Also die, die tanzen lernen möchten. Richtig schön, ja. Okay, da haben wir so ein paar irgendwelche Wunden. Ja, genau. Ja, richtig. Richtig schön. Hm. Können wir auch nicht gebrauchen, so eine Nahkampfwaffe. Mit Feuerschaden. Durch welchen Skill. Hm. Sinterstrike vielleicht. Ja, werden wir nicht nutzen. Ich denke nicht. Ja, schön. Ja. Entwickle nicht so viele Gegner auf einmal. Bitte. Bitte. Boah, ist das anstrengend. Mein Kopf glüht schon. Aber die Gegner haben ein bisschen zuzuschauen. Die sind so schnell. Ja. Dann hat er eine sehr Auffassungsgabe. Ja. Ähm. Ich sehe wahrscheinlich irgendwie so 3-4 mal so viel. Und er ist auch viel exakter. Wird schon ein bisschen doof, wenn man wirklich so mega talentiert ist. Ich habe einfach Hochbegabung und Sensibilität und Multitasking. Ja. Das ist einfach eine Art, oder? Wenn ich einfach ein Mensch bin, der hat Sport gemacht. Irgendwie früher auch seltener war das so, was die Schweizer ja oft waren. Denke ich mal. Ich sehe gar nichts. Lieber ein Trickle, das müsst ihr fixen. Ja. 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 Und das ist ja, natürlich schon ein bisschen doof, wenn... Hey. Das sieht wirklich sehr schön aus. Wenn die Entwickler halt auf die Grafik schauen, aber diese wichtigen Pictures wie etwas Das darf nicht etwas verdecken oder so nicht machen. Oh, geiler Blitz. Schön, schön. Okay, das ist eines der cooleren Levels jetzt in diesem Akt. Die Stippchen ja hier am Boden, die machen gar keinen Schaden. Und das ist diese, genau das ist in Akt 7, also in diesem Hochland, Erof-Hochland, so. Also, ist das diese Eishöhle und die ist jetzt in dieser Zeitzone, ist sie eine Kistallhöhle. Interessant. Wird eine Höhle von Eis zu Kistallen, oder umgekehrt, weiß nicht was früher ist, aber das ist früher. Also hier wurde sie kalt, oder man sieht ja eigentlich gar keine Kistalle in dieser Höhle. Interessant. Richtig Interessant und das Elementar sind wirklich sehr cool aus, mit den Küschen aus. Das ist früher, der Kistalle. Hm. Der Kistall-Golem hat die großen Blitzen, aber die machen gar nicht so viel Schaden. Punkt. Ja, wir fallen halt schnell wieder dagegen. Ja, wir müssen hier hoch. Damit, dass wir direkt da hoch müssten. Ich kenne halt von den Maps, die, äh, drehen. Glaub ich, die waren in den Maps auch vertreten. Gar nicht immer direkt zum Waypoint ist, sondern wir sind 8 im Kreis. Ok, nice. Manche attacken können, wir sind richtig cool. Ok, jetzt bin ich völlig kaputt. Wir sind halt mal bei Band noch 5 Minuten. Ist schon heftig, wie der Akt flasht. Ah, kommt doch nochmals die Blume. Die haben wir einfach gesprungen in Akt 5. Ähm, wie war es in seinem Portal? Ja, das ist schon mal drin. Das ist aber sehr besser. Wie im, im, im Dragon Level, im dritten Akt. Ähm. Ja, in den Dschungel, also in den Urdschungel. Von der alten Welt. Ganz alten, ja. Nice, das ist cool. Also einer meiner Favoriten. Kann ich einfach nur sagen. Sehr, sehr spielisch auch gut. Alles, alles gut. Spielerisch, optisch. Ähm. Die Items, die wir gefunden haben, auch relativ gut. So viel haben wir jetzt auch noch nicht gefunden, solche Items. Aber der Gürtel ist vor allem gut für unseren Amin Soul Speed. Wir können die Last Epoch auch noch streamen morgen. Haben wir im Anfang an Amin Soul Speed. Ich meine. Ich bin mal gespannt. Der wird halt viel weniger aushalten wahrscheinlich. Ob das jetzt wirklich so der Bild ist, den ich brauche. Aber Schaden wird sicher viel haben. Coming Souls, äh, Dots, oder? Denk ich mal, ist besser auf Dots. Oder auf Klicks sogar. Das geht. Ich bin gespannt. Ausprobieren. Und ja. Ich bin halt nicht gerade so gut. Wenn ich etwas mache, dann könnt ihr immer sagen, ja Drago, wäre doch viel besser, wenn du den Nord nimmst und den. Ich bin nicht einer, der wirklich Guides nachbaut. Ich habe jetzt einfach diesen Guide nachgebaut. Ich bin eigentlich der einzige, den ich nachbaue. Damit ich Akt 8 oder so diesen Akt jetzt auch zeigen kann. Sonst wären wir dann wieder, ja, hätten wir dann wieder neu begonnen. Es steht nirgends, wo welche Akte das ist. Können wir mal mit wem sprechen. Vielleicht gibt es jetzt eine Anzeige. Okay, das ist Kreeg's camp. Okay, jetzt müssen wir wieder runter auf einen Vogel. Ich bin mal gespannt, wo ist der Vogel. Ich bin sehr gespannt, das geht im nächsten Part weiter, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Tschüss.